Im Nachdenken über meinen Weg als Priester, als Mönch, schaue ich sehr weit zurück in die Jahre meiner Kindheit. Und da gibt es den Moment, wo mich mein Religionslehrer damals im Priester- und Kaplan in meiner Pfarrerstockerau mich nach einer Religionsstunde hinausgeholt hat auf den Gang und ganz unvermittelt gefragt hat, Willst du Priester werden? Ich war weder ein braves Kind, noch Ministrant, noch sonst irgendwie positiv auffällig. Für mich im Rückblick die Berufungsstunde und ich mich gerne erinnere, wo mein Weg begonnen hat, mich auf den priesterlichen Dienst vorzubereiten. Für mich ist im Rückblick das immer wieder ein Impuls, auch den Mut zu haben, junge Menschen anzusprechen. Wofür hat Gott dich gedacht? Wo ist dein Weg? Wohin bist du unterwegs? Sich auf diesem Weg einzulassen, dankbar einzulassen, mit Freude einzulassen, wo Gott ruft, wo er mich in den Dienst nimmt und Dienst nehmen will.